Leute, wir sind mal wieder am Bildermagen. Freunde, was geht ab? Die Heine sind voll Gas am Start. Schatzi, was machen wir denn heute hier? Das sind deine Schuhe. Meine Schuhe? Was haben wir heute vor? Weil wir haben jetzt vor, Leute, wir starten jetzt mal mit YouTube so ein bisschen durch, dass hier mal was läuft. Und haben wir heute geplant, wir machen heute mal ein richtiges geiles Intro für unseren YouTube-Kanal. Wie heißt unser YouTube-Kanal? Die Müllers. Gar nicht. Die Heines. Hier, wir melden uns später. Ja, warte mal. Zeig mal meine Schuhe. Komm, komm, komm. Was willst du denn deine Schuhe? Ich drehe mal die Kamera rum. Hier kann ich deine Kamera hier mal kurz abstellen. Ich brauche mal eine Zigarette. Schatzi, was machst du? Schatzi, ich muss erst mal den Schlappen gegen die High Heels tauschen. Mache mal Lack hier. Was meinst? Was möchtest du eigentlich zu meinem Outfit heute? Sieht ein bisschen komisch aus, du. Was? Sieht komisch aus. Vom Garten reicht's. Komm jetzt. Vom Garten reicht's wieder. Lose, Bille. Mache hin. Sibille. Oder Stunden später. Hier, Marco. Du kannst auch gerne mal Heinklitz anziehen. Fertig. Fertig. Ja, so geht's. Schwarz-Weiß. Jetzt passt besser. Guten Morgen. Tust du mir jetzt einen Schritt filmen? Nein. Ja, ich zoome mal ein bisschen ran hier. Wuuuuh. Wuuuuh. Alter, bist du heute mal fertig hier? Ja, warte. So, fertig. Stunden später. Ja, es geht. Also, macht's parat jetzt hier. Ich hol die Kamera. Die Kamera ist parat. Also, durch. Also, wir machen jetzt Bilder. Ciao, ciao. Hier, sagen Sie mal. Was machen Sie denn hier? Es geht Gas. Die Alte ist nicht normal, He. Stunden später, He. Eine Ewigkeit später. Hier, willst du mal mitfahren, oder was? Nee, bei Ihnen kacke ich mir einen Stift hier. Dann steigen Sie mal ein, Julian. Sogen Sie mal, Sie haben einen Führerschein, einen M-Führerschein. Das erste Video von Die Heiles ist im Kasten. Ihr Morgo ist gut geworden, ne? Morgo. Ich glaub schon. Welcher Teil hat denn dir so am besten gefallen? Ja, weil du wieder durchgedreht bist. Du bist noch nie M5 gefahren, dann krieg ich dich nicht raus aus der Koche. Alter, ich sauge euch. Ich bin ja zum ersten Mal so richtig krass unseren M5 gefahren. Ich hab den so richtig raus gefahren. Ich hab den so richtig knallen lassen. Ich hab nicht mal gewusst, dass ich das Auto knallen lassen kann. Aber du musstest mir vorher erstmal Anweisungen geben. Ja, ich hab dir 5 Blitze nochmal mitgegeben. Du hast da draus gespissen. Also Leute, ihr könnt euch auf das Video freuen. Mal gucken, ob es die Heine wirklich so richtig gut hinkriegt. Was machen wir jetzt noch so schönes? Hier, wir fahren jetzt schnostracks nach Hause. Schnostracks? Und dann erst mal essen. Essen? Äh, wir müssen essen jetzt. Ich hab Hunger. Hast du Hunger? Wie sehr hast denn du Hunger? Hier, mir brennt der Helm. Mir brennt der Helm. Du kannst schon wieder ein Schwein fressen, ne? Ich kann noch ein Schwein fressen. Essen heißt das, nicht fressen. Essen, essen, essen. Also wir gehen jetzt erstmal heben, essen. Und so sieht's aus, Leute. Du hast jetzt gerade auch einen Hab geborgen. Jetzt erstmal haben wir noch einen Hustst Tal sufficient. Guys.